Stehst du auf Chemikalien? Chemikalien stecken in deinen Schuhen. 23 Milliarden Paar Schuhe wurden 2015 weltweit produziert. Etwa 20 Prozent davon waren Lederschuhe. 85 Prozent des Leders wird mit Chrom gegerbt. Die Gerberei-Industrie ist weltweit auf Platz 4 der schlimmsten Umweltverschmutzer. In der Produktion werden unglaublich viele Ressourcen verbraucht. So stecken in einem Kilo rohe Rinderhaut virtuell 17.100 Liter Wasser, 7,4 Kilo Getreide und 41 Kilo Viehfutter. Es werden viele Chemikalien eingesetzt, 500 Kilo pro eine Tonne Rohhaut. Riesige Mengen an flüssigen und festen Abfällen bleiben dabei zurück. Sicherheitsvorkehrungen und Schutzkleidung sind in Gerbereien oft nicht ausreichend vorhanden. Wenn Arbeiterinnen und Arbeiter giftigen Chemikalien ausgesetzt sind, hat das enorme Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Bei der Chromgerbung wird Chrom 3 verwendet. Während des Gerbprozesses kann sich dieses zu Chrom 6 verwandeln. Chrom 6 ist hochgiftig und krebserregend. Außerdem können dabei Hautausschläge, Augenschädigungen und Erkrankungen der Atemwege entstehen. Das Chromgerben ist somit für Arbeiterinnen und Arbeiter höchst gesundheitsgefährdend. Doch Rückstände von Chrom 6 in Lederwaren sind auch ein gesundheitliches Risiko für Konsumentinnen und Konsumenten. Denn durch Chrom 6 können auch Allergien ausgelöst werden. Seit Mai 2015 gibt es in der EU einen Grenzwert für Chrom 6 von 3 Milligramm pro Kilo für alle Lederprodukte. Die EU-Richtlinie ist ein erster wichtiger Schritt. Doch die Probleme im Umfeld der Gerbereien, die mit Chrom gerben, bestehen weiter. Dies ist untragbar. Die Lederindustrie ist ein giftiges Geschäft. Es braucht daher strengere Gesetze zum Schutz von Mensch und Umwelt. Die Kampagne Change Your Shoes macht auf die vorherrschenden Missstände in der Leder- und Schuhproduktion aufmerksam. Teile dieses Video, informiere dich weiter auf www.incota.de und unterstütze unsere Kampagne Change Your Shoes.